Hallo, ich heiße Lars von Projekt Schrebergarten. Ich habe vor etwas über einem Jahr das Projekt Schrebergarten gestartet und setze mich seitdem für mehr Nachhaltigkeit in unserer Gesellschaft ein. Alles voller Herzblut. Der Klimawandel passiert, aus welchen Gründen auch immer. Dennoch können wir mit unserem eigenen Verhalten ganz großen Einfluss darauf nehmen. Was ich bisher alles gemacht habe, das könnt ihr auf meinem Kanal entdecken. Schaut da mal rein, geht mal stöbern. Da wartet auf jeden Fall eine Menge Unterhaltung auf euch. Bei mir erwartet euch eine Mischung aus alternativen Gärtnern, Recycling aus Spermeschätzen, Foodsharing, Essen teilen statt wegwerfen, Tipps zur Müllvermeidung und vor allem die Liebe zur Natur. Ich möchte euch anstecken, inspirieren und vor allen Dingen unterhalten. Das Ganze soll auch Spaß machen. Ich habe diesen Traum und ich würde mich sehr freuen, mit eurer Hilfe die Welt ein Stück weit besser zu machen. Vielen Dank fürs Zusehen. Tschüss, euer Lars.